Ich begrüße Sie zu einem Wochenupdate im Standard & Poor's 500. Mein Name ist Frank Schuh von Elliot Waver Live. Auch im Standard & Poor's wurde die Welle 1 am 1. Dezember bei 4.103 Punkten beendet. Seither sind wir in der Welle 2. Die Welle 2 wird ihr Ende finden im Bereich von 3.797 bis 3.622 Punkten. Wir befinden uns hier also in der Welle 2 und die besteht aus dieser pinkfarbenen ABC-Bewegung. Und wir schauen uns jetzt hier die Welle A an, die aus dieser braunen eingefärbten 5er-Bewegung besteht. Wir sind in der Welle 2 hier. Diese Welle 2 wird enden im Bereich 4.008 bis 4.062 Punkten. Und dort sind wir in der AB. Die B wird jetzt gerade beendet. Die kann noch ein paar Punkte laufen, bevor wir dann hier unten bei 3.926 oder etwas tiefer diese B beenden. Anschließend geht es hoch bis hier oben, bis die Welle 2 abgeschlossen ist. Die Make-or-Break-Linie liegt hier oben auf der Welle 1. Das heißt, wenn wir hier diese 4.103 Punkte überschreiten, ist diese zählweise ungültig. Nachdem wir die Welle 2 abgeschlossen haben, erwarte ich zunächst mal fallende Kurse in der Welle 1 im Bereich von mindestens 3.837 Punkten oder tiefer 3.790 Punkten oder aber auch 3.718 Punkten. Das sind die üblichen Ausdehnungen der Welle 3 hier. Das war's vom Standard Bus 500. Ich danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Frank Schuh von Eldritch River Live.